Nachdenkseiten Die kritische Website Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung ist weit weg von der Partei des Friedens und der Verständigung. Ein Artikel von Albrecht Müller Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das war die zentrale außenpolitische Aussage zu Beginn der Friedens- und Entspannungspolitik nach einer langen Phase des Kalten Krieges. Vorgetragen hatte sie der neu gewählte Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende am 28. Oktober 1969. Die Stiftung der gleichen Partei, die Friedrich-Ebert-Stiftung, verbreitet heute in ihrer Publikationsreihe IPG das Gegenteil. Da erscheinen Sprüche zum Kalten Krieg und zur geistigen Vorbereitung eines heißen Krieges. Werfen wir einen Blick auf Veröffentlichungen in den letzten zwei Wochen. Am 9. August 2023 erschien von Fritz Felgentreu ein Artikel in der Rubrik Außen- und Sicherheitspolitik der IPG mit dem Titel Kein Exit ins 19. Jahrhundert Gesichtswahn der Übereinkunft mit Putin Wenn Europa in Frieden leben will, darf Russland nicht auf Kosten der Ukraine belohnt werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Autor Felgentreu von 2013 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2018 bis 2020 verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion war. Einen Tag zuvor erschien in der IPG in der Rubrik Außen- und Sicherheitspolitik ein Beitrag von Ivan Klitsch. Im Halbschatten. Beim jüngsten Russland-Afrika-Gipfel zeigte sich neben der offiziellen auch die verborgene Seite von Moskaus-Afrika-Strategie. Und am 1. August erschien ein Interview mit der Überschrift Solange Putin an der Macht ist, wird der Krieg weitergehen. Der Moskauer Soziologe Greg Yudin über die Sinnlosigkeit von Verhandlungen mit dem Kreml und Fehler in der deutschen Russland-Politik. Das waren drei fragwürdige Beiträge. Ganz und gar nicht im Sinne des entspannungspolitischen Bekenntnisses. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Es geht aber auch ein bisschen anders. Etwas differenzierter, wenn auch nach wie vor im Modus der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland. Herbert Wulff veröffentlichte am 18. Juli 2023 einen Beitrag mit dem Titel Blankoscheck für die USA Washington beliefert die Ukraine mit international geächteter Streumunition Die mangelnde Kritik aus dem Westen ist erschreckend und feige. Die Verlinkungen zu diesen vier genannten Beiträgen der IPG finden Sie im Schrifttext. Im Kontext der hier wiedergegebenen Beiträge der Friedrich-Ebert-Stiftung Einrichtung IPG ist interessant, was dort zur Rubrik Außen- und Sicherheitspolitik geschrieben wird. Da wird der Blick auf Europa verengt auf die Europäische Union. Russland und was sonst noch im europäischen Osten liegt, gehört nicht mehr dazu. Doch hören Sie selbst. Rubriken Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland und Europa stehen in der Außen- und Sicherheitspolitik vor enormen Herausforderungen. Die jüngsten Konflikte im Nahen Osten und Osteuropa sowie anhaltende Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer legen davon ein Zeugnis ab. Dennoch bleibt die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union bislang Stückwerk, obgleich ein handlungsfähiges und kohärent agierendes Europa heute mehr denn je gefragt ist. Die Beiträge befassen sich mit den strategischen, Sicherheits- und außenpolitischen Herausforderungen für Deutschland und die Europäische Union. Betreut wird die Rubrik von Tobias Feller. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.